Lautsprecher. Okay, okay. Hallo? Hallo? Ja, aber euch hört man nicht im Stream. Warte mal. Oh, Herrgott, ich sehe gleich schon wieder Alex hier reinkommen. Chat, ist es in Ordnung, wenn man die einfach alle nicht hört? Achso, man hört die? Nur einmal mit Profis. Tut mir leid. Ich wollte euch einmal ganz kurz vorstellen für den Chat. Ja, kann ich machen. Hallo, mein Name ist Okorsa. Ich bin Twitch-Partner, einer der ersten auch deutschlandweit. Und ich spiele FIFA 98 bei mir im Stream. Gute Freunde nennen mich O, die meisten Streamer-Kollegen einfach Okorsa. Und ja, schön, dass ich heute auch dabei sein darf. Okorsa, vielen lieben Dank. Ehrensache, du bist der Nächste in der Reihe. Möchtest du dich vorstellen? Ich kann gerade nicht, ich muss lachen. Duni, 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 Dich habe ich nicht gemeint. Hä? Ach, Lisa. Kapisch? Na, okay. Ja. Gut, ja, ich stelle mich jetzt nicht vor. Ich bin schüchtern. Du sollst nicht schüchtern. Ich bin schon nervös genug, hör auf, schüchtern zu sein. Mir gucken auch noch Leute beim Nervössein zu. Sehr gut, dann mache ich weiter. Ja. Ich bin Ehrensache. Ja. Ja, weiter, Duni. Ja, ist mir egal. Ja, hallo, ich bin Ehrensache. Ich mache Dinge auf Twitch, im Internet, bin Partner, ich weiß nicht warum. Manchmal sitze ich einfach nur da und bin halt da und das gucken sich Leute. Alter. Übelsten Respekt, Mann. Okay. So siehst du mich. Ja, hallo, ich spiele kein FIFA 8. Fangen wir jetzt schon an zu streiten? Wir haben noch nicht mal mit dem Game angefangen. Wollt ihr jetzt schon anfangen zu streiten? Ja, können wir machen. Ja. Aber gleich, lass noch auf Jan warten. Lass noch auf Jan und Nastja warten. Hi, Chad. Und Lea. Ich bin die Lisa. Man nennt mich auf Twitch auch LeaXRose. Vielen Dank. Dankeschön für deinen Follow. Ich bin eine sehr attraktive, dunkelhaarige World of Warcraft-Streamerin. Tatsächlich, die auch sehr, sehr viel redet. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen von der Doni. Ja, und heute bin ich hier. 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 Huha. Huha. Jetzt bist du dran. Hallo, Jan. Hallo. Hallo, Doni. Hallo. Hallo. Ich finde das so gut. Hallo, Sudl. Das ist die schlechteste, by the way, die schlechteste Vorstellung, an der ich jemals partizipiert habe. Not gonna lie. Ich will nicht sagen, dass es auch teilweise an... Ja, ich will jetzt niemandem die Schuld geben. Ist hier einer live, oder kann ich meine Hose ausziehen? Du kannst deine Hose ausziehen. Und Doni ist live, aber... Ja, wir sind live, Jan. Einmal benehmen. Hallo, Doni-Chat. Ja. Lass ein Follow bei Ihrem Sache. Bloß nicht da. Überall aber nicht da. Hallo, Sudl, Deck, Sudl. Jesus Christ. Hallo. Okay, wir sind jetzt Fabi, Lisa, Okorza... Ich weiß deinen Vornamen gar nicht, ne? Wie heißt denn du? Markus. Markus. Sudl, Deck, Dudl. Wie war dein Name nochmal? Lea. Lea. Basti. Ich hab... Lol, Basti? Lea. Jan. Und Nastja ist da. Hallo, Nastja. Hallo, guten Morgen. Dann sind wir jetzt vollzählig, oder? Hallo. Ja. Ich hab dieses Spiel noch nie gespielt. Ich sag, wie es ist. Ja, ich glaub, keiner von uns. Wird witzig. Ja. Du bist die einzige, die ich jemals gespielt habe, glaub ich. Du hast es schon gespielt, ja, genau. Okay. Hatten wir es alle noch gar nicht gespielt? Nein! Mh-mh. Ich glaub, du irgendwie der ein oder andere bekommst. Nee, noch nicht. Er ist ja gerade sehr high, sagst du. Okay, ich hab den Link kopiert. Ich pack den mal eben kurz in Discord. Ah, nein. Chat, ihr seid brav, ne? Ich sag euch das. Ich hab euch trotzdem im Auge. Ein Auge auf den Chat, ein Auge aufs Spiel. Ihr wisst Bescheid. Wir könnten loslegen. Was muss ich jetzt machen? Meinen Namen da eingeben. Ja. Okay. Darf ich nicht lustiger Name? Oh, nee. Okay. Die Doni. Das wollte ich auch machen, aber ich dachte, das macht jeder. Beitreten. Ja. Also Ehrenkacke klingt ja schon mal gut. Entschuldigung. Wie bitte? Nein, genau. Oh, shoot. Warum sehe ich so hässlich aus? Scheiße. Das ist meinetwegen. Ich bin ein Einhorn. Oh, man. Oh, ich bin ein Einhorn. Ah, besser. Okay, wer ist jetzt? Genauso wie alle anderen auch gefühlt. Ja, jeder ist Einhorn. Ich bin eine Taube. Okay, von was stelle ich ein? Alles. Ja, alles. Lass ich so, wie es ist. Achte auf, gibt es eine Uhr oder keine Uhr? Keine Uhr. Ich weiß es nicht, was klüger ist. Mit oder ohne Uhr? Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gemacht normal. Also sonst muss man halt auf Fertig drücken, wenn man fertig ist mit Zeichnen. Aber dann ist es halt langweilig, weil mit Druck ist es halt so ein bisschen witziger. Weil sonst kann man sich halt Zeit lassen, bis alles perfekt ist. Und dann ist es halt langweilig irgendwie. Also ich bin immer normal. Lass lästern. Okay, und die Zeit auch auf normal oder schnell oder langsam? Weil ich höre mich selber nicht. Ich kann mich nicht hören. Also alles, glaube ich, ein bisschen too much. Also ich würde jetzt erstmal für die erste Runde wirklich alles normal lassen, glaube ich. Okay. Müssen wir dauerhaft anwesend sein? Hast du jetzt schon wieder keinen Bock mehr, oder was? Ich habe die Baby-Kamera. Wenn der meckert, der Kleine muss ich leider ganz kurz runter. Ach so. Ich verstehe. Ja, das ist das. Ja, das ist okay. Okay, schreiben, zeichnen ist der Ablauf, ne? Was? Das unten-Rechts-Ablauf. Schreiben, zeichnen. Ja, schreiben, zeichnen, genau. Und runden alle, oder was? Äh, ja, genau. Da muss jeder halt einmal schreiben und einmal zeichnen. Okay. Ich, äh, drück mal auf Start einfach. Let's go. Oh Gott. Muss ich auch mal was drücken, oder muss ich nichts tun? Ich hoffe, ich fang nicht an. Ich weiß nicht, ich fang nicht an. I don't know. Wie läuft man, wie schießt man? Also ihr müsst auch mal ein Zeichnen schreiben. Irgendwas, was man zeichnen kann. Und wenn euch nichts einfällt, dann steht da ein Satz. Den könnt ihr auch nehmen. Wenn ihr es auf fertig tut, dann wird der übernommen, der gerade drin steht. Okay, ich... Drück einfach übernehmen. Also man muss, man muss sieben Sachen, oh shoot. Ich gebe, ich gebe, okay, also ich habe jetzt was eingegeben, Chat. Wie schießt man? Sehr gut. Ich hab's auch eingegeben. Chat, ich wäre, ich wäre euch wirklich verbunden, wenn es vielleicht ein paar GGs heute hagelt. Gegen meine Unsicherheit. Dankeschön übrigens für die Follows. Ein paar GGs hageln, wäre cool. GG, danke. Vielleicht auch was über meinen Aim sagen, wäre auch cool. Oh Gott, jetzt... Ich muss jetzt... Jeder hat ein Bild vor sich? Oder so ein... Genau, und jetzt steht da der Satz und das müsst ihr jetzt gleich... Oh, scheiße. Holy shit. Kann ich mal. Ich kann das nicht auch, Leute. Hört auf zu lachen, ich konzentriere mich gerade auf... Ein Meister... Haben die Ohren chat? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gibt's einen Radierer? Ja, genau. Also rechts an der Seite findet ihr die ganzen Tools. Also da gibt's Radierer, da gibt's Kreise, Vierecke, gefüllt, nicht gefüllt und so weiter. Haben die Ohren? Ja, die Ohren, ne? Okay. Okay. Ich brauch... Ach du Heidegger. Wie soll ich das denn bitte machen, Mann? Was ist das? What? Was ist das? Ach du Scheiße. Wie viel Zeit haben wir in Unendlich-Zeit? Achso, wir haben Unendlich-Zeit, ich sitz die ganze Zeit hier unter Druck und bin am Zeichnen. Ich komm nicht... Wie soll ich das denn zeichnen, Mann? Ah, ne, die haben sowas gar nicht, ne? Fuck, warte mal. Scheiße, warte. Ah ja, das Radierer, okay, okay. Beruhigt euch. Ich kann halt gerade gar nicht gerade zeichnen, das ist klar. Ach du Heidegger. Es sieht aus, als hätte ich einen Zitter anfallen. Es sieht aber gerade auch irgendwie kacke aus. Was ist das? Shit. Bro, ist das dumm. Worauf hab ich mich ja eingelassen. Sollen wir noch ausmalen? Ey, das wird niemand. Keine Ahnung, oder? GT, oder? Warte, bitte. Genau, jetzt klingelt gleich die Uhr, dieser Wecker, und das bedeutet dann, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, dass wir zum Ende kommen müssen. Oh Gott. Oha, Druck. Habt ihr nicht gerade gesagt, das wäre unendlich die Zeit? Nee, nee. Nee, nee. Das haben wir ausgemacht. Fuck, Nuschel, wirklich? Okay, okay, okay. Hey, ach so, die Uhr klingelt gar nicht. Holy shit. Ich hab Angst. Meint ihr, es ist gut geworden? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt Telefon. Ja, das ist jetzt das Telefon. Muss ich jetzt noch was machen? Nee, oder? Oh Gott. Genau, und jetzt müsst ihr beschreiben, was ihr seht. Einfach nur einschreiben. Da haben wir auch weniger Zeit dann. Ich mein jetzt mal, goldener Bär verfolgt. Für mich sieht das aus wie ein goldener Bär, der einen Pfau verfolgt, oder? Ach, jetzt checke ich's. Und die müssen jetzt das beschreiben, was ich da gerade gemacht hab. Okay. Jetzt hab ich's verstanden. Keine Ahnung. Okay, jetzt kommt gleich das nächste, oder? Genau, jetzt kommt gleich wieder der nächste Satz und dann müssen wir wieder zeichnen. Genau. Okay. Okay. Ich bin so lost. Mein Gott, und das mit der Maus, Alter, was ist das? Oh Gott. Kann man Sachen verschieben, wenn man sie gemalt hat? Ich mach euch dann ein bisschen Musik an noch. Keine Sorge, ja? Fuck. Holy, okay, 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 okay. Es wird gut, es wird gut. Ich hab so, warum hab ich denn so Druck, Mann? Das ist echt schlimm. Ich bin voll panisch. Halbes Wettrennen hier und ich weiß noch nicht mal warum. Ach, die Zeit läuft noch. Nein. Fuck. 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 Okay. Wie findet ihr's? Das sieht eher aus, als wir es ihnen anzünden, oder? Ich schwör, mein Gott, die Person, die dieses Bild bekommt, oben rechts, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ich schwör, mein Gott, die Person, die dieses Bild bekommt, mal bestimmt Frau mit großen Brüsten zündet Franzosen an oder so. Jede Wette. Jede Wette. Wartet noch, ich mach euch noch schnell Musik an. Weil sonst ist das so mega ruhig hier. Das ist ja nicht auszuhalten. Warte mal. Hört ihr Musik? Bisschen im Hintergrund? So. Hört ihr mich? Ja. Ja. Was ist das? Ich kann dich auch nicht schaubern. Ey, ich dachte, weil wirklich, ich könnte zeichnen, ne? Ich habe mich getäuscht. Ich nehme es zurück. Oh Gott, dang. Das Spiel ist voll witzig. Ich habe das bei dir zum ersten Mal gesehen, Sudel. Nee, ich spiele es zur Zeit öfter, weil es halt echt lustig ist. Seht ihr auch, was ich sehe? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Boah, was ist das? Jeder ist... Wer hat hier einen... Ich nehme an, es ist ein französischer Mann. Was zur Hölle? Oh! Oh Gott. Ähm. Kacke. Ich bin so gespannt, was am Ende rauskommt, ohne Witz. Ja, es wird, glaube ich, richtig witzig. Geht's, oder? Das ist doch kein Nilpferd, sag mal! Ich finde, sieht gut aus, oder? Ein Ohr vielleicht, oder? Jetzt sieht's aus wie ein Affe mit einem Horn. Na ja. Sollen wir den Schwanz noch farbig machen? Dass es sich vielleicht ein bisschen mehr abhebt, unser Einhorn. Ist doch schön, oder? Und jetzt machen wir das Horn so grau. Fertig. Alter, ihr seid die ganze Zeit nur am Lachen. Ich würde so gerne gerade sehen, was ihr macht. Ich würde es so gerne sehen. Du siehst es ja gleich. Ich glaube, noch eine Runde. Ich glaube, wir müssen noch einmal das Bild beschreiben. Und dann dürfen wir alles sehen, ne? Das Geschriebene und die Bilder dann dazu, oh Gott. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie meilt man das? Ach du Scheiße. Oh, Chad, Stream fängt an. Ich müde mich währenddessen immer, dass ich mit euch reden kann. Wie gefällt's euch? Ich find's mega witzig, das Spiel. Ich weiß nicht, wie kommt das bei euch an? Also mir gefällt's auf jeden Fall besser als Among Us. Gefällt's euch gut? Gut, oder? Ist witzig, ne? Ich komm' nicht klar. Traumhaft! Nein! Das nächste Mal streamt ihr aber bitte auch alle. Damit jeder bei jedem gucken kann, was der da gerade so treibt. Weil das würde mich tatsächlich interessieren. Ich würde quasi dann Meta machen. Ich würde dann bei jedem reingucken. Man könnte so einen Squad-Stream machen, dann sieht zumindest der Chat immer, was wer zeichnet. Ja, zum Beispiel. Oh Gott, warte. What the fuck? Was ist das denn? Was sehe ich denn da? Ein Mann fährt mit einem Auto übers Meer auf eine einsame Insel? Okay, warte. Mann mit Cap fährt in einem Auto übers Wasser. Ich gehe dafür lang und dann denke ich mir. Ich kann's noch nicht sehen. Was ist, was, was, was? Epic Play, danke schön, dass du Jan's abgeschenkt hast. Übrigens, Jan, raus hier! Hör mal auf zu lurken! Auto übers Wasser auf eine Insel. Ich will noch mal schon mal vormerken, ich hatte in Kunst eine 4 oder eine 5. Geht's jetzt los? Oh nein! Geht's jetzt hier? Ja genau, jetzt geht's los. Anzeigemodus Auto, Vorlesen aus, Ausstellungsablauf anfangen bis Ende. Okay, auf geht's, Start. Okay, ansteigen. Oh nein, Album von R. Rollerfahrer auf einem vereisten See. Oh je. Geil. Mann fährt mit Riesenroller über Wasser. Das ist übrigens das, was die Leute dann dachten, sehen sie da. Lord. Was, mit Traktor auf eine Insel? Toni, du hattest immer meine Bilder übrigens. Hat dich, Nassja. Geil. Ein Traktor. Warum sehen wir es nicht? Guten Morgen. Wie geht's jetzt weiter? Okay, ich mach weiter. Achso, du machst weiter. Okay, okay. Jetzt kommt Corsa. Grüne Taube rennt vor gelben Bären davon. Ja, voll gut. Ja, voll gut. Was ist das denn? Was ist das denn? Gelbe, die Maus hat noch Ente. Oh, Lisa. Alter. Ich hab mich endlich verkackt. Ratte, zeig auf. Oh Gott. Ich wusste nicht, wie eine, ähm, Brauchst überhaupt was zeig. Okay, Sudel, denk nur das dran. Ein Affepupsblümchen. Ich hab kurz vergessen, wie man einen Affen zeichnet. Ich hab deinen Denk gehabt, Nassja. Was ist das? Was ist was? Corsa, ich bin der Zeichner. Wir reden nicht über das Faultier. Danke. Was zur Hölle ist das, Corsa? Man kann doch nicht mehr kennen, was es sein soll. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Faultier zeigen wollte. Oh mein Gott. Ist das wie eine Katze? So, jetzt kommen meine. Mann küsst Schwein. Genau die richtige Stelle ausgewählt zum Kippen. Mann trägt Schwein. Ihr seid aber alle relativ gleich geblieben bisher. Oh. Mann trägt Schwein. Oh, ich würde sagen, die Runde war, wow. Das war nicht schlecht. Wo war die Schleife? Niemand hat... Ja, die Schleife hat dann... Stimmt. Einfach Schleife weggelassen. Frech. Schmutziges, weinendes Einhorn. Oh, Schraub. Oh, shoot. Bitte nicht lesen, bitte nicht lesen. Trauriges Einhorn. Oh, Mann. Wie kommst du da auf Lachen? Weil Elisa hat uns gelacht, weil es so geweint hat. Es war so glücklich aus. Oh, mein Gott. Close. Close enough. Schau mal. Oh, Gott. Das war so... Wirklich... Lisa, wie kannst du nur? Oh, mein Gott. Wie gut gemalt, ne? Richtig gut gemalt. Schaube? Ach, Tube. Schau mal das an. Oh, mein Gott, ey. Geil. Ja, jetzt mal hier GG in den Chat hier. Ja, eins in den Chat. Allgeall genannt. So, Doni schlägt Fabian. Oha. Was? Fabian. Fabian. Baguette, Baguette. Was ist Baguette? Französischer Mann. Ich finde sehr schön, wie aus Doni schlägt Fabian am Ende. Ein französischer Mann gibt Frau Rose und Baguette wurde. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Weiter! Ich komm nicht klar. Das war witzig. So, jetzt wirst du nicht, wie es funktioniert. Ja. Alright, let's go. Holy shit, das ist ja mega lustig. Macht es auch Spaß zum Zugucken, Chat? Also, meine Eyeliner verschwindet. Das heißt was. Ähm. Scheiße, was mach ich? Scheiße, was machen wir? Helfen wir mal, was machen wir? Was machen wir? Ich bin gemutet, die hören uns nicht. Was machen wir? Scheiße, komm schon! Was machen wir? Einhorn über Feldbank. Okay. Einhorn über Feldbank. Telefon! Hallo? Heilige Streamer versagt an Technik. Heilige Scheiße, wie soll ich das denn? Alter, ich hab... Geht! Nicht! Scheiße, ich muss auch irgendwas machen, dass man merkt, dass das ein Streamer ist. Packen wir noch einen Booster dazu. Uuuuh. Booster. Ist gut! Nano-Lysen! Text ist nicht erlaubt. Weiß keiner! Ja, das ist die 12 Kilo. Echt, schreiben darf man nicht. Okay, beim nächsten Mal. Ist irgendwas im Chat passiert? Vapor, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin am Zeichnen! Egal, ich geb ab. Na? Ja, I'm good. I'm fine! I'm fine, yeah! Oh Gott, Alter. Ja, ich muss auch schon reißen. Bin gespannt, was kommt. Oh shoot, das war so schwer. Alter, regt er sich gerade ernsthaft auf, dass er Werbung hat? Ich wollte nur sagen, ich kann da nix dafür, das ist Twitch, ne? Aber man kann sich halt erstmal drüber aufregen. So. Uuh. Achso. Ich glaube so, oder? Ich glaube so, oder? Oh Gott. Krokodil träumt von, oh scheiße, okay. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin, das ist nicht schwer. Sigur aus, Sigur aus. Dankeschön für deinen Follow. Okay, machen wir noch ein Auge. Erkennt man, oder? Warte mal, noch Zähne. Pass auf, pass auf. Das ist einfach, das ist leicht, das kriegen wir hin. So, so, so. So, so. Kleiner. Nein! Verdammt! Was habe ich gemacht? Achso, ich habe ausgefüllt. Fuck, warte, warte. So. So. Traumblase. Machen wir hier so einen Burger. Fuck, warte, das geht schneller, wenn ich das so ausfülle. Hälfte habe ich noch. So. Dann hier Salat. Nein! Oh Gott, wie mache ich rückgängig? Ach hier. Verdammt. Okay, okay. Salat. Und Fleisch. Gut, oder? Ja, dann ist das neue Lacoste-Logo. Wie nein. Das erkennst du doch, das ist ein Krokodil, träumt von Hamburgern. Habe extra den Käse weggelassen, sonst wäre es ja... Nee, ich habe jetzt extra den Käse weggelassen, weil sonst wäre es ein Cheeseburger. Und zu der Problematik gerade im Chat hat sich gerade wirklich jemand aufgeregt, dass er Werbung hatte. Ich wollte nur sagen, dass Twitch selber in regelmäßigen Abständen Werbung schaltet, für die ich nichts kann. Und dieser lilande Bildschirm, der momentan bei vielen Leuten vor Streams kommt oder generell in Streams, hat auch nichts mit mir zu tun. Sondern das macht Twitch selber. Ich habe in meinem Stream noch nie mit Absicht Werbung geschalten. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich das... Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Telefon! Nein, jetzt schon. Okay. Ich glaube, besser geht es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es war mein Bot gerade, Mike. Dude, ey, man sieht doch, dass es ein Burger ist. Ja, Draven, das hat er aber nicht nur bei mir. Dann so einen Text da reinzuballern, von wegen ich dachte, das wäre dein Hobby und geh arbeiten, Alter. Holy shit. Holy shit. Was ist denn das? Was zur... Ich habe wirklich sehr viel Fantasie, aber bitte... Grüner Zwerg... Zwerg... Spielt... Gitarre mit einem... Fuck, äh, 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 Schlagzeuger. Keine Ahnung. Hungriges Baby hat nichts zu essen. Ja, das geht. Das geht klar. Okay, dann machen wir jetzt ein... Okay, jetzt noch eine Windel. Oh Gott, wie soll ich das denn malen? Okay, dann machen wir jetzt hier einen Löffel. Pass auf, pass auf. Wir machen jetzt hier einen Löffel. Löffel? Löffel? Ich kann es gerade noch nicht sehen, Dankeschön. Und jetzt machen wir hier das Essen drauf. Und jetzt machen wir ein X. Das ist gut, oder? Wie findet ihr es? Was, ein hässliches Baby, Entschuldigung. Das ist doch kein Oktopus, das ist ein Baby mit einer Windel, das nichts zu essen bekommt. Sag einmal! Ach, danke, danke für 100 Bits. Alter, was eine Frechheit. Dann in den Chat zu schreiben, geh arbeiten, Mann. Was zur Hölle, da kann ich doch nichts für, Alter. Ich wünsche dir viel Spaß übrigens bei den ganzen anderen Streamern, bei denen das auch passiert. Okay, ich reg mich jetzt nicht mehr auf, Chat. Wir regen uns jetzt nicht mehr auf. Ach, stimmt, scheiße Flasche. Aber Mutterliebe. Haare und Ohren. Verdammt, ich hab... Warte, ich kann noch bearbeiten. Pass auf. Und? Shiggy, bist du es. Sag mal. Reg dich ab und schalt Werbung, ja. Mach doch mal ein bisschen bunt. Naja, aber ich stehe halt lieber auf kurz und knackig. Übrigens, Tiag, wunderschönen guten Morgen. Telefon! Ich kann überhaupt nicht malen, das ist ja schrecklich. Ja, das sind aber auch Sachen. Wie soll man die denn malen, Mann? Scheiße. Oh Gott, okay. Oh, das ringt aber schon sehr lange, bevor die Zeit dann um ist. Kann das sein? Ja, so, ja, so, dass man quasi halt einfach so ein bisschen in den Puschen kommen sollen, glaube ich. Ich glaube, man hat dann noch so 20 Sekunden oder so vielleicht. Wird jetzt ausgewertet? Nee, noch nicht. Doch, noch nicht. Doch, ist die letzte Runde gerade. Oh oh. Man könnte auch dazu sagen, Twitch-Streamer. Aber okay, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Oh Gott. Oh Gott, es geht los, Mann. Es geht los, es geht los, es geht los. Das ist wie Weihnachten, Mann. Oh Jesus. Twitch-Partner küsst den Chat. Mhm. Oh, okay. Oh, du hast den Haken vergessen, Quaza. Sorry, du stellst das auf den Chat. Doni, jetzt mach, jetzt hab ich immer deins gezeichnet. Oh nein, Nasja, tut mir sehr leid. Streamerin ohne Körper, bedanke ich euch. Oha. Wie kann man das so gerade zeichnen? Ist gut geworden, oder? Ist relativ gut geblieben sogar. Hier gibt's dieses Cool an der Seite, wo ihr so... Eis. Okay. Ein Baby isst keine Pizza. Ach, keine! Ich hab' gelesen, isst eine Pizza. Baby hat Hunger. Na gut. Oh. 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 Hungriges Baby hat nix zu essen. Oh. Oh. Okay. Es ist schön geworden. Chat hat gesagt, es sieht aus wie ein Oktopus. Oh. Türkis Baby hat keine Pizza. Aber sie hat's erkannt, es ist ein Baby. Es ist Chat, sie hat es erkannt. Ihr Hater. Streamer versagt an Technik. Oh Gott. Oh mein Gott. Albtraum. Geil. Oh Gott. Kein Energy Booster. Streamer hat kein Energy Booster mehr. Frau mit exzellentem Herzschlag. Frau trägt Brustkorb als Oberteil. Wow. Wow. Aber kreativ seid ihr. True. Oh Gott. Ja, das... Oh Gott. Geil. Einhören. Ich wächst jetzt gerade hoch. Oh, hat voll gut geworden. Ja. Einhör überfängt. Es ist noch richtig. Ja. Das war wirklich. Sorry, aber... Es ist aber gut genügend. Es ist aber gut genügend. Ist aber gut geblieben. Ich kann keine Pferde malen. Fettes Krokodil im See. Oh, jetzt weiß ich, dass er kann. Das passt an dem Moria sein. Krokodile träumen von Hamburger. Krokodil träumen von Hamburger. Krokodil träumen von Hamburger. Krokodil träumen von Hamburger. Krokodil träumen von Hamburger. Das war geil. Alligator... Hey, wir sind gut. Ja. Wir sind gut. Wir sind gut. All right. So. So. Baby Yoda spielt mit einer Metal Band. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, jetzt weiß ich. Bitte. Boah, volles Schlagzeug. Oh, nein. Oh, nein. Ihr habt was ausgedacht. Übrigens, hallo an alle, die dazugekommen sind. Hi! Mann verliert Porty, Geldbörse. Okay. Ihr erinnert euch, dass ich mannscheiß Geldscheine gemacht habe, oder? Wie viele Beine. Lisa, dein Bild von einem Mann ist... Ja, okay, sagen wir einfach, ich habe es nicht so ganz... Alter! Es ist meine Schuld, ich habe es versaut! Holy shit! Oh Gott! Okay. Was sollen wir machen? Blonder Metzger in Kirche. Fabi fährt mit Knieschützern. Nee, machen wir, machen wir, machen wir... Oh, nee, warte, warte. Machen wir Twitch Farming fährt mit pinkem Roller. Weil bisher war immer alles zu leicht, was ich gemacht habe. Die sind zu sehr... Die sind zu sehr immer beim Richtigen. Twitch Farming fährt mit pinkem Roller. Ha! Da kann nur Scheiße bei rauskommen. Man trinkt Bier aus einem LKW. Was zur Hölle? Okay, warte mal. Wir machen erstmal Reifen. Ein Reifen. Noch ein Reifen. Okay. Pass auf, dann schreiben wir jetzt... Nein! Nein, nein, nein! Das wollte ich nicht! Ähm... Yeah! Nein! Nein, nein! Also, ja... Dankeschön, ich habe es nicht gesehen. Zain, ja, bloß vielen Dank für deinen Red. Ich bin gerade überfordert. Warte, pass auf, wir machen das so. Weil die schreiben auch alle kurze Sachen. Dankeschön, Zang. Machen wir jetzt hier... So ein Zapfhahn. Wie findet ihr es? Dankeschön für den Follow-up. Vielen lieben Dank. Ne, das ist ein R. Das ist kein V. Warte. Okay. Okay. Sensationell. Vielen lieben Dank. Findet ihr gut? Erkennt man, oder? Mann trinkt Bier aus LKW. Come on, da kannst du sagen, was du willst. Mensch, einfach ein Riese. Ja, der... Es ist ein kleiner LKW. Es wurde nicht geschrieben, wie groß der LKW sein muss. Ich sehe erst... Warte. Oh, du findest den. Vielen lieben Dank für dein Haus. Ich danke dir. Ist das ein Mann? Ja, soll ich einen Penis hinmalen, oder was? Ich kann... Warte, 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 warte. Jetzt habe ich eine Idee, wie wir einen Mann draus machen. Pass auf. Jetzt hat er eine männliche Frisur und einen männlichen Bart. Ist das gut so? Ich sehe Pensy. Nein! Wir wollen eine pensyfreie Zone hier bleiben. Es ist Alex, ja. Oh mein Gott. Der kommt jetzt dann bestimmt... Alex trinkt Bier aus LKW. Zwei Menschen kacken gemeinsam in eine Toilette? Ja, ne? Ich habe erst überlegt, ob es Zentauren sind. Also quasi diese... Diese Pferde ähnlich wie... Aber ich glaube, es ist einfach zwei Menschen kacken gemeinsam in eine Toilette. Fabi spielt Flöte im Wald. Wenn er halt jetzt einfach seine grünen Haare noch hätte. Scheiße, ich mache ihm trotzdem blaue Haare. Pass auf. Und jetzt mache ich noch seine Cap dazu. Pass auf, so. So. Ne, das muss... Mal das an, du Sau! Warte mal. Geh mal mit den hier. So. So. Ach scheiße, ich muss schneller machen. Ne, der soll ja auch noch im Wald spielen. Ach fuck. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Warte, die müssen größer sein. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Waldjet. Verdammt. So. Okay, den Himmel machen wir blau. Ich habe Panik. Ich habe noch genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit. Ich habe noch genug Zeit. Sollen wir den hier? Nein! Fuck! Verdammt! Zurück! 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 So. Scheiße, ich habe voll Panik. Das ist sehr schlimm, Alter. Okay. Machen wir jetzt noch einen kleinen Baum hier vorne. Und? 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 Riesau. Sehr gut, danke. Ich brauche mehr GGs im Chat. Kein Wald. Doch! Fabi spielt Flöte im Wald. Zwei Bäume sind Wald. Ein Baum ist ein Baum. Zwei Bäume sind Wald. Als wäre es ein Foto von ihm, ne? Habt ihr sofort wiedererkannt, ne? Sofort. Ach du Heiliger. Schwierig. Vier, fünf Menschen teilen sich beim Fernsehen ein Taco. Das ist das, was ich sehe. Fünf Menschen teilen sich beim Fernsehen einen Taco. Das ist doch kein... Für mich ist das ein Taco. Für mich ist das ein Taco, Mann. Katze fährt drei Rad im Sommer. Ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Nein, ich hab's ausgefüllt. Mann, ich komm mit dem Ausfüllen und nicht Ausfüllen. Ist klar. Körper. Wartet, Chat. Ihr werdet es gleich erkennen. Ihr werdet gleich... Ihr werdet gleich mein Talent... So, Schwanz. So, Katze. Katze. So, wie male ich jetzt das scheiß Dreirad? Gute Nacht, Fabi. Schlaf gut. Wie male ich ihn jetzt des Dreiradmanns? Wie male ich ihn jetzt des Dreiradmanns? Scheiße, das sieht eher aus wie ein Fahrrad. Im Sommer auch noch. Im Sommer auch noch. Fuck, 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 fuck. Okay. Machen wir hier eine Wiese. Wiese. Ausfüllen. Nein! Das hab ich schon bei Paint so gehasst, wenn das passiert ist, Mann. So. So, jetzt aber. Come on, come on. Füll aus, füll aus. Ausfüllen. Ausfüllen. Jetzt machen wir noch eine Sonne für den Sommer. Ich versuche jetzt da hinten noch ein Rad dazu zu schmuggeln. Hier. Meisterwehr, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Gute Nacht, Fabi. Schlaf gut. Also das, scheiße, das Rad ist halt nicht so ganz da, wo es hin ist, aber ich finde es sieht gut aus, oder? Die Sonne hat gar kein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Warte mal. Bitte. Bitte gerne! Mach ich's gut, oder? Ach, das hat, nee, Dreirad hat doch... Weiß ich gar nicht. Mann... ...fährt Roller... ...an Sendemasten. Habt ihr das Spiel jetzt übrigens verstanden mittlerweile, wie es geht? Ich glaube schon, oder? Mann fährt... ...Roller... ...um... ...einen... ...Sendemasten. ...Masten. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Das war eine... Das war eine richtig üble Wunde. Alter, das letzte Bild! Das letzte Bild! Ich dachte mir, was ist das denn? Okay. Let's go. Leo, ja. Okay, was kommt jetzt? Flötenhaft! Oh no! Oh! Oh! Oh, richtig gut! Oh nein! Nein! Aber ja! Sie hat ja gesagt, das ist Fabiel! Nein, nein! Aber wir alle Fabi halten immer noch mit den grünen und Haaren. Oh mein Gott! Oh! Wow! Krass! Es hat wieder mit dem Richtigen geendet. Nice! Wow! Oh no way! Richtig gut! Genauso stille Post! Sick! Sehr gut, Nastja! Aber was anderes habe ich von dir nicht erwartet. Streamer beim Zeichenkurs! Zeichenkurs! Ach so! Oh mein Gott! Oh nein! Ja, das... Das heilige Taco! Das heilige Taco! Äh, also... Ein junger, junger, halber, traktiver Benner tragen einen Taco! Oh Gott! Warum auch nicht! Oh Gott! Oh nein! Der heilige Taco! Er war voll überfordert, wirklich! Ach, ein Panda wär's gewesen! Okay! Ein Panda! Okay! Sorry! Ach, das wär ne Katze! Oh! Ja gut! Die Katze fährt drei Rad im Sommer! Im Sommer! Im Sommer! Was ist das denn? Das Rad in der Mitte auch wild, ne? Ja! Das eine wird weggespickt! Ja, ich hab nicht mehr auswendig gewusst, wo das dritte Rad denn kommt! Ich... Was ist das Rad? Ich schack mich eher, was ist das vordere Rad? Ich hab's direkt erkannt. Wow. Oh, wow. Da stand sogar sein Name, Lisa. Ich hab's Farting gelesen. Ja, jetzt komm ich. Ich hab's Farting gelesen. Ich dachte, das ist aber es blieb halt witzigerweise bei Twitch Farming. Ich hab nur Farting gelesen. Ich hab nur Farting. Twitch Farting. Fährt auf einem Farting. Fabi fährt in Berlin Roller. Oh mein Gott. Oh, das sollte Berlin sein. Oh, Berlin. Oh, wow. Die Frisur ist mild. Ich sag, wie es ist. Oh mein Gott. Um einen Sende was. Keine Ahnung. Mann trinkt Bier aus einem LKW. Okay, ja. Okay. Komm. Oh. Ja. 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 Gott. Das sieht aus wie ein Staubsauger. Das ist wie so eine Pong. Bierwurm. Bierstaubsauger. Scheiße, ich hab Bierpong. Oh, schu. Bierpongschlauch. Schlauch. Geil. Paar geht zusammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war so innig. Ja, am Ende. Ja, liebe Gott. Was zur Hölle, Fabi? 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 Oh mein Gott. Voll schön. Richtig. Richtig schön. Das war richtig gut. So was kommt dann halt bei rum, wenn Nastja unter Zeitdruck steht. Ja, aber ich stehe auch die ganze Zeit so unter Druck, obwohl ich gar nicht müsste. Ich habe immer das Gefühl, so schneller, schneller. Ach nee, nicht schon wieder einen Satz. Okay, Beginner in die Geschichte. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Meine Sachen sind zu leicht. Die schaffen das jedes Mal. Bisher alles, was ich gepostet habe, haben die relativ einfach. Vielen lieben Dank für deinen Follow. Alles, was ich geschrieben habe, haben die relativ leicht gezeichnet. Alle. Das muss schwerer sein. Was? Goldfox reacted auf Zucker. Okay, der ist so scheiße, den nehmen wir. Goldfox react. Wie schreibe ich denn das? Reacted auf Zucker. Den kriegen die nicht hin. Den kriegen die nicht hin. Den kriegen die nicht hin. Der ist so dumm. Der ist so dumm, den kriegen die nicht hin. Niemals. Oh mein Gott, was? What? Oh mein. Was? What? Oh nein. Ich würde mindestens einer, der hier what oder oh nein sagt, hat jetzt russischer Bär besäuft sich. Okay. I do my best. Dankeschön für den Follow. Okay, wir machen einen Braunbären. Nein, nicht rot. Nein, 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 nicht rot. Dann machen wir wieder schwarze Umrandung. Pass auf. So. 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 Ihr braucht nicht schreiben, dass ich wundervoll zeichnen kann, Chat. Das weiß ich natürlich. Okay, jetzt machen wir eine Wodkaflasche. So. Gorbatschow hat einen blauen Deckel, glaube ich, ne? Warte, pass auf. Blauer Deckel. Blauer Deckel. Wodka. Okay, wie mache ich den Bären jetzt zu einem Russen? Diese Mützen, diese Mützen, diese Fellmützen. Soll ich die Flagge? Okay, okay, wir machen die Flagge. Weiß, blau, rot. Weiß, blau, rot. Okay. So. Weiß, blau, nein. Fuck, 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 fuck. Verdammt, ja, der rote Stern in der Mütze, fuck, bin ich draufgekommen, Jusi. Aber russischer Bär besäuft sich. Aber ist doch gut, oder? Erkennt man doch, oder? Alpaka springt über Ha... Nee. Esel. Esel springt über ein Haus. Weil das Ding hat keinen Schwanz. Danke, Mitu, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Wie soll das Spiel gehen? Pass auf. Jeder von uns schreibt am Anfang des Spiels irgendeinen dummen Satz. Der Nächste muss das dann zeichnen. Wieder der Nächste muss dann schreiben, was er sieht. Es ist wie stille Post, am Ende kommt Scheiß raus. Ente guckt auf Vogel, der den Dachs anschaut. Oh mein Gott, okay. Okay, also Ente. Ente. Wo ist denn die Orange da? Ente. Oh mein Gott. Ente. So, das ist der Bürzel. Ente guckt auf... Warte, Füßchen noch. Ente. Guckt auf Vogel. Mein Gott, wer hat denn... Guckt auf Vogel. Machen wir eine Taube, oder? Warte, ich gebe noch die Flügel. Machen wir eine Taube. Nein, ausfüllen, ausfüllen, ausfüllen. Taube. Welche Farbe hat denn der Schnabel? Na, Taube? Ich habe keine Ahnung. Egal, machen wir so. Guckt auf Taube. Scheiße, wie sieht denn ein Dachs aus? Nein! Wie sieht denn ein Dachs aus? Ist ja nicht auch so ein langes Wursttier. Ich habe keine Ahnung, wie sieht denn jetzt ein Dachs aus? Der ist auch schwarz-weiß, oder? Da ist doch ein 1A-Dachs. Das ist ein Stinktier. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht, wie ein Dachs aussieht jetzt aus dem FF. So, und jetzt machen wir noch, damit auch jeder Idiot versteht. Guckt den an. Guckt den an. Und? Ente guckt Vogel an. Guckt Dachs an. Alter, ich kann nur sagen, ich hasse euch jetzt schon. Was ist das? Safe kommt danach aus. Ente wird Vogel, wird Katze. Oder wird Stinktier. Irgendwie sowas kommt jetzt bestimmt. Scheiße. Kasache übrigens wunderschön guten Morgen. Josi übrigens wunderschön guten Morgen. Entschuldigung, wenn ich euch leicht ignoriere. Aber ihr wisst, ich habe hier einen Auftrag zu erfüllen. Ich versuche euch stolz zu machen. Mutiert ja wahrscheinlich aus Ente, wird Vogel, wird Katze. Okay, das Erste, was mir einfällt. Sonne hat einen Nervenzusammenbruch. Die sieht nicht nur traurig aus, sie sieht aus, als hätte sie gerade einen kompletten Zusammenbruch. Ja, Sonne hat einen Nervenzusammenbruch. Oh mein Gott. Telefon. Gerade jetzt schon. Zwei Zitronen quatschen ein bisschen miteinander. Wer? Wer? Mein Gott. Der kommt vor allem auf so eine Idee. Ha, oder? 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 Zwei Zitronen quatschen ein bisschen miteinander. Hallo, mein Schizofen. Wunderschönen guten Morgen. Sehr gut schon, oder? Sky, wunderschön guten Morgen. So. Easy. GG. Es wird Zeit für ein GG. Ich brauche das für mein Selbstbewusstsein. Das ist sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Danke. Also ich muss sagen, die Runde waren alle sehr kreativ. Ja. Tatsächlich sehr, sehr kreativ. Ich finde es gut geworden. Ja, von mir aus Chi-Chi oder GG kannst du auch schreiben. Hauptsache ein bisschen hier eure Streamerin anfeuern. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ach, man kann die Texte vorlesen lassen? Telefon. Telefon. Wen habe ich denn eigentlich jetzt noch nicht? Crazy Joghurt, glaube ich, habe ich noch nicht. Morty, wunderschön guten Morgen. Crazy Joghurt, wunderschön guten Morgen. Asparon, wunderschön guten Morgen. Amistral, wunderschön guten Morgen. Hatte ich schon, hatte ich schon. Josi hatte ich jetzt auch schon. Aber das ist doch simpel, oder? Frau hat Tunnels? Ja, es ist Tunnels, oder? Ich würde auch sagen, Frau hat Tunnels. Frau mit rosa Lippenstift und schwarzen Haaren hat Tunnels. Oh, also die Runde war was ganz Besonderes. Heilige Scheiße. Die Runde wird interessant. Ein Hund springt über das Haus. Ach, ein Hund war das. Oh, ich weiß. Ein Hund. Easy. Ein Hund. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Ja, das hatte ich, genau. Geh, gut geworden. Sogar mit Schatten und so. Warum? Dankeschön, Rasta. Vielen lieben Dank. IA, IA. Voll gut. IA. Richtig gut. Okay, nice. Ist alles nur, weil Jan dem Hund keinen Schwanz gemacht hat. Ja. Ich habe auch kommend, ich habe einen Satz geschrieben. Eine Ente, eine Kuh und... Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe es versaut. Ente, guckt auf Vogel, der den Dachs anschaut. Dachs. Mensch, wer war die Kuh nicht eindeutig? Ich dachte, ihr singt immer gleich ein Vogel, wenn ich nicht so schaue. Ich bin so süß. Ente verzaubert Katze und Katze ist süß. Oh mein Gott. Lachende Sonne mit Mordgedanken. Oh mein Gott. Das ist aber ein super Lachse zusammenbruch. Das ist aber ein super Lachse zusammenbruch. Ich bin so süß. Das ist dann so süß. Boah! Du guckst, aber da steht Zucker drauf. Oh Gott. Okay. Jesus! Ich dachte... Einfach Jesus mit Brille lächelt Mann an. Ich übergebe mich gleich vor Lachen. Ich sag wie süß. Oh Gott. Heilige Scheiße. Oh no. Oh Max. Okay. Nein. Fabi! Ach, das war ich. Was aus Doni massiert Alex Oberschenkel am Ende wurde. Eine Frau mit großer Lippenstift und schwarz nahe Nathannis. Da kriegt Doni Lisa direkt so eine ganz neue Bedeutung, oder? Eine Zitrone ist sauer auf eine andere. Nö. Nein. Nö. 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 Nööö. Nööööö. Nöööö Bär ohne Arme trinkt irgendwie Wodka. Das ist so dumm. Ich muss ganz kurz auf Klo... Ja, dann geh schnell. Ach, du bist wegen Corsa da? Soll ich ihn grüßen? Flippi? Soll ich ihn grüßen von dir? Weil wir haben jetzt eh gerade Klopause scheinbar. Weil dann grüße ich einmal durch. An den Herrn Corsa. Aber Chat, ihr wart gut. Ihr wart gut. Das haben die nicht rausgefunden mit dem Zucker. Jedenfalls nicht wirklich. Oh mein Gott, das Spiel ist witzig. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das werde ich definitiv irgendwann nochmal spielen. Muss man kennen. Oh, Corsa ist ein Streamer, der ist auch hier. Liebe Grüße an Corsa. Also du bist gemütet. Corsa, ich habe hier jemanden im Chat, der nur wegen dir da ist. Und zwar Flippi7728. Liebe Grüße von Flippi. Oha, Flippi. Gruß zurück. Und Doni? Ja? Ähm, hier. Sudel, Sudeldeckdudel hat gerade Tschüss gesagt. Oh nein, jetzt war ich gerade gemütet. Hat den Zettel und euch und dich ganz lieb gegrüßt. Oh nein, oh nein. Ich hatte genau in dem Moment gemütet. Ja dann, Sudeldeckdudel, schön, dass du dabei warst. Müssen wir jetzt eine neue Lobby aufmachen, wenn sie raus ist? Ich bin aus der Seen rausgegangen. Wir müssen auf jeden Fall eine neue aufmachen. Mein Gott. Okay. Also wie funktioniert das? Drück zur Startseite oder? Ja, genau. Okay. Ich überlege gerade, verdammt. Bitte Sudeldeckdudel, es tut mir leid. Ich war gerade gemütet. Ich habe gerade mit dem Chat geredet. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich. Guten Morgen. Grüß an alle. Kannst du noch nicht sehen. Masterlampe, vielen lieben Dank für deinen Sub im 14. Monat schon. Dankeschön. Gruß zurück. Nächstes Wochenende erst. Also nicht das kommende, sondern jetzt das nächste dann. Gute Nacht, Sudeldeckdudel. Dankeschön. Nein, ich... Och meine Güte, ich skipp hier die ganze Zeit schon durch, wie viele meine Taube wieder zurück haben. Jetzt skippe ich einfach über diese Taube hinweg. Man kennt's. Willkommen im verflixten 7 Monat Studium Love. Siebeness, vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Sub im 8. Monat. Ich danke dir. Dankeschön. Ich freue mich mal, Fabi. Ich bin aus, was ich rausgegangen. Okay. Kannst nicht noch mal reinkommen? Ich weiß nicht. Alle raus, glaube ich, ne? Alle raus? Ja, ich bin auch raus. Mhm. Okay. Ja, ist ja gut. Okay, dann mach ich das hier mal zu. Oh, Haurin. Oh, Haurin. Wer schickt den neuen Link? Äh, ja, ist drin. Warte. Nice. Dankeschön. Bide. Hey, Haurin, richtiger Picasso. Warum? Was ist passiert? Er hat meine Zeichenskills kritisiert. Hat er? Sowas traut er sich. Heilige Scheiße. Traut er sich auch nur, weil er alleine da im Chat sitzt, man. Ja. Ich seh schon, das nächste Mal Quaza und Taurin bei Gartic Phone. Ja. Ja. Möchte jemand ein Kaugummi? Ja. Ja. Was hast du denn? Einfach nehmen die cool Cassis Erd. Aber Alex hätte ich einen genommen. Welcher hast du? Oh, das sind die besten. Cassis Besse. Ich hab die auch hier. Oh mein Gott, wir haben so viel gemeinsam, Lia. Ex-Rose. Oh mein Gott. Oh mein Gott, you guys. Oh mein Gott, you guys. Listen, you guys. Wir benutzen auch dieselbe Faltencreme, oder? Ja, klar. Oha. 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 Mhm. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Antonia, dass du Faltencreme tatsächlich schon nutzt. Nein, das tue ich auch nicht. Ich möchte nur nicht, dass Lisa sich so alleine vorkommt, wenn sie eine nimmt. Wow. Hahaha. Mann. Okay. Ich dachte, das bleibt unter uns. Ja, aber du hast angefangen. Oha. Was bist du denn jetzt so, Antonia? Komm, bist du am Streamen. Ganz anderer Mensch auf einmal, ne? Voll abgehoben. Richtig abgehoben. Ja. Aber das ist okay. Ich mag sie trotzdem sehr. Ich kann halt auch nichts dafür, dass meine Füße so faltig sind. Ich möchte betonen, dass sich hier in dieser Spielrunde nur Twitch-Partner befinden, aber zu mir sagt man abgehoben. Ich würde sagen, das trifft Ben auf uns alle zu. Nö. Doch. Also alle, die eine eigene Meinung haben, definitiv, ja. Wie bitte? Starten wir? Ja, ist ja gut. Ich dachte, wir... Achso, wolltest du... Shit-talken noch ein bisschen, aber ist okay. Oh ne, Mann, ehrlich nicht, ey. Mit euch reden. Imagine. Ach, Fabi, was kannst du denn bei Upload noch ändern? Schreiben und Zeichnen? Was geht da noch? Es gibt noch Zeichnen und Schreiben. Ah, bitte. Dann nur Zeichnen oder nur Schreiben am Anfang und am Ende. Ich... Ja. Also ich find's auch nicht ganz cool, oder? Ja. Ja. Na, ist ja gut. Flippi meint Corsa, du sollst das auch mit deinen, mit deinen Subs spielen. Ja, mit der Community spielen. Oh. Okay, Chat. Es muss wieder gut werden. Goldfox Dealt mit Zucker war Premium. Was machen wir? Was machen wir? Vorlesung über Quantentheorie. Ach du Scheiße. Ne, das kann ich nicht machen. Das mit dem Erdmännchen ist zu einfach. Also das mit der Quantentheorie, Alter. Wie soll man das denn? Chat wird von Doni gemobbt. Ja, das ist gut. Chat wird von Doni gemobbt. Das ist gut. Das nehmen wir. Das ist möglich. Abgebrochener Lippenstift ist auf dem Eiffelturm. What the fuck? Okay. Was? Wieso? Wie? Heilige Scheiße. Wie sieht denn der scheiß Eiffelturm aus? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Eiffelturm aussieht. Irgendwie so, ne? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Lippenstift. Come on. Wer lässt sich? Guck mal, wir sind so nett. Und ich sag noch, lass nicht so schwer machen. Sonst kommen die nie drauf. Und ich krieg abgebrochene... Vor allem abgebrochener Lippenstift. Willst du mich jetzt verarschen? Okay, und dann... Die Hälfte... Nein! Zurück! Okay, und die andere Hälfte liegt jetzt so daneben, oder was? Was? Warte! Nein, nein, nein! Oh je, oh je, ich hab keine Ahnung! Warte! Warte, wir schreiben noch kaputt! K... Put! Die Illuminaten sprengen den Eifelton! Fuck! Was ein Scheiß, Alter! Das wird katastrophal! Ich... Ich mein, wir müssen da ja nicht drauf antworten. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Wir müssen ja nicht, ne? Übrigens Pandavanische gewonnen. Wir müssen da ja nicht drauf antworten. Irgendjemand anderes muss es ja? Leuchtfackel! Ich hab's versucht! Oh shoot! Es tut mir so leid. Ich hatte nicht mehr genug Zeit. Scheiße! Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, aber Influencer besteigt Berg. Ach soll es der Burj Khalifa sein? Fuck, wie schreibe ich denn Burj Khalifa? Burj Khalifa! Fuck! Ich konnte es nicht fertig machen. Ja! Jigsaw verzweifelt an deinem Tisch. Jigsaw ist doch der Mörder aus Saw! Dann nehmen wir diesen Clown. Pass auf! Warte, warte, warte! Ich hab die Idee! Okay! Der hat so schwarze Haare, ne? Warte mal! Warte! 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 Warte, wird gut! Wird gut! Pass auf! Do! Warte! und come on ah ja das warte steht da im Hintergrund halt so erkennt keiner jetzt habt doch mal Vertrauen in mich und die anderen ja dem Tisch fehlt ein Bein ich finde es gut oder stimmt den Einkaufszent Fabi mag Donis Ohrringe nicht Fabi findet Donis Ohrringe zu groß easy ich kenne diesen Mann einfach schon zu lange und zu gut dass ich genau weiß dass in der Zeit in der die alle gemutet sind er wahrscheinlich gelacht hat über meine Ohrringe I know it ich kenne ihn einfach zu gut ich kenne diesen Kerl einfach zu lange und zu gut okay was kommt jetzt und das ist leicht pass auf das machen wir so ich zieh aus wie eine Katze fuck ah warte 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 ich habe eine Idee ich habe eine Idee ich habe eine Idee scheiße scheiße jetzt muss ich das scheiß Viecher nochmal malen warte wenn jetzt irgendeiner von euch schreit das sieht aus wie ein Schwein I kill you so jetzt pass auf hallo mina wunderschöne guck malen come on das ist kein Schwein das ist kein Wildschwein das ist ein wunderschöner Hund es ist genau genommen ein Schäferhund Babyschweine dürfen nicht gefangen werden ihr seid doch nur neidisch ihr seid doch nur neidisch ihr seid nur neidisch seid ihr einfach nur neid würde ich sagen okay weiter ich bin ready sind noch keine Aufgaben für uns Chat ich glaube ich bin ein bisschen zu schnell für das Spiel oder aber es ist ein trauriger Hund schau oh oh nein ich bin gespannt ich bin gespannt was kommt können wir gehen Doni ich kann sein dass es ein bisschen Tross ist ne gib dann halt mal ein paar Tage Pause von Twitch geht's ernsthaft oh Gott was er sagt du willst du da brauchen nein zwei Hunde in einem Büro die Hunde sind süßig sag ich ganz ehrlich danke ich finde das Büro gut ich wüsste nicht wie ich will ja auch richtige Wolfshunde das ja Hunde müssen da auf und an abgebrochen mein Gott Lia Lisa scheiße nein ach Lippenstift scheiße TNT oh mein Gott das ist los mit mir mit Schilderung an der Spitze oh scheiße es kommt vom Chat mit schönen Grüßen was was chat bei Doni wieder wie Pika und Random richtig gut schön Oh Gott. Danke. Voll schön, voll schön. Vor allem das Twitch-Logo. Das Twitch-Logo legt es oben. Das Twitch-Logo. Mega schön. Das soll die Logo sein. Das ist das Twitch-Logo. Okay. Alter. Das ist so ein Joke, Mann. Doni geht ans Telefon, niemand dran. Was ist, was ist, baue ich da ein Haus, oder was? Ja, Jigsaw, sehr gut. Das hätte ich sein sollen. Und aus Wirr und den Jigsaw hat Probleme, einen Tisch zu bauen. Scrollt mal eben ganz kurz hoch. Jan, was hast du da gemalt? Was soll das sein? Das baut da eine Fliege. So dieser Hörer zum Abnehmen. Das sind Backsteine von 1980. Womit hast du telefoniert? Mit Ziegelsteinen? 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 Okay. Ja. Holy. Warum nur ich? Fabian. 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 Ich dachte, er meint meine Ohrringe. Oh, wie dumm. Okay. Du nicht, sorry für Urlaub. Wie jetzt, oder was? Oha. Oh nein. So. Nein, kannst du lassen, alles gut. Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Ja, safe ist doch nur gemalt, Alter. Da. Influencer bestreikt, weiß ich nicht. Ach du halb. Oh. Das, glaube ich, geht klar. Er hält ja nur ein Baguette in der Hand, ne? Okay. Hat das keiner, doch, Toni, du hast das erkannt. Wir hatten das hier geschrieben mit Besteig. Hier, Toni, selber schuld. Ich bin einfach Besteig. Hi, Biggs. Ist das normal, das Chat fragt gerade, ist das normal bei Influencern? Ja. Sehr, sehr schön. Okay, eine Runde, eine Runde machen wir noch. Ja. Alrighty. Okay. Huh, oh Gott. Äh. Chat. Chat. Geht er so lang und dann denke ich mir, nein, nein, warum? Warum? Zornkönigin, vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Zahn im zweiten Monat. Freut mich sehr. Dankeschön. Okay. Fabi küsst Twitch Farming auf einem Berg aus, fuck, Berg aus, Matt. Angriff der Killer-Tomaten. Okay, krieg ich hin. Das krieg ich hin. Das sind unfreundliche Tomaten, Chat. Ciao. So, jetzt kommen die gefährlichen Waffen. Pass auf. Ein Schwert. Eine Pistole. Eine Lanze. Und? Wie findet ihr es? Eine Fackel. Ja, eine Fackel ist gut. So. Wie findet ihr es? Na, wie wunderschön, guten Morgen. GG. Ach, come on, siehst du doch. Angriff der Killer-Tomaten. Warte, wir machen denen jetzt noch einen entsetzten Mund. Kind, wer das nicht sieht. Kind, wer das nicht sieht. Keine Chance. Keine Chance. Hi, Liz. Wunderschön, guten Morgen. Oh Gott, was kommt jetzt? Jetzt muss ich wieder was schreiben. Was ich auf dem Bild sehe. Ha, mittlerweile... Tätowier ich mir so. Kannst du gerne. Kannst du gerne. Haben mittlerweile alle jetzt das Spiel verstanden schon, oder? Jetzt würde die Tomate rauchen. Tomate rauch-joint. Oh nein. Ich wollte extra mal nix dazu schreiben. Oik, I love you, love. Frau auf Twitch hat viele Liebhaber. War gezogen der Tomaten. Das Wort ist verboten, Death. Das werden sie... Fewer sind gehypt. Okay. Guck mal, chatte ich mal euch. Nein, nein, nein. Verdammt. Gib mir Stift, gib mir Stift. Ja, das ist meine Hand. Das ist mein Daumen. Okay. Na. Na, egal. Mach mal so, mach mal so. Mach mal so. Mach mal hintergrund. Hintergrund ist egal. Hier ist gar kein dunkles Lila. Oh wow, wirklich. Heilige Scheiß. Ich kann auch noch... Hat das Twitch-Logo ein Gesicht? Ja, hat es. Zwei Augen. Und? Hab ich, hab ich. Twitch-Logo ist da. Nico, wunderschönen guten Morgen. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie aus dem Gesicht geschnitten, hab ich dich gerade gezeichnet, das Baron. Gut, oder? Ja, gerade hast du gesehen, ich kann auch wirklich selber noch Farben machen. Okay, nächstes. Maus fällt von Kirchendach. Schreiben wir das zusammen? Nee, ne, Kirchendach sind da zwei eigenständige Wörter. Das ist doch eine Maus. Guck doch mal die Ohren. Schreib mal zusammen. Also doch zusammen. Okay. Maus fällt von Kirchendach. Das ist keine Katze, das ist eine Maus. Lehrer findet seinen eigenen Unterricht langweilig und pennt. Oh mein Gott. Scheiße. Warte mal. Nee. Ich will das... Geh da noch lang und dann denk ich mir... Nein. Nein, warum? Warum? Dankeschön Max Payne. Vielen lieben Dank. Ich bin volle Konzentration, Chad. Es geht um die Weltmeisterschaft. Die wir safe holen werden, Chad. Und? So, jetzt machen wir noch was Typisches, was Schule ist. Tafel, die würde man nicht sehen, weil wir sehen das ja quasi von der Seite, weißt du? Das habe ich leider falsch angegangen. Von Anfang an bin ich das falsch angegangen. Das geht nicht mehr. Oh Gott, ich bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Heilige Scheiße. Das kann nur Scheiße werden. Grüne Tafel und davor das Pult. Ich habe... Na, ich wollte, dass man sieht, dass das ein Lehrer ist, weil nur... Ja, aber man hätte das vielleicht mit einer Tafel nicht erkannt und so sieht man das. Also ich würde sagen, so ist es eher Lehrer. Es ist nur fraglich, ob die erkennen, was der Mann da tut. Weil ich finde, er sieht auch sehr zufrieden aus. Mein Gott! War gut. Das war spannend. Let's go. Oh! Verliebt in Nastja. Oh. Oh lala. Für Doni, what? Doni hat gar keinen Pony, hallo. Ne, vor allem nicht so lange Haare. Noch nicht, noch nicht. Echt? Wow. Jan, schön, wie klein ich bin. Ich war gar nicht kurz auf Arabi. Ich war gar nicht. Eingriff der Killer-Tomaten. Okay, okay. Uff. Uff. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ja! Oha! Voll gut. Mhm. Hey, chill! Hey, chill! Tomaten-Armiga. Oh mein Gott. Aber ist gut. Aber gut. Gut, bis zum Ende. Boah, ey, da ist mir gar nicht reingefallen. Boah, ey, da ist mir gar nicht reingefallen. Da ist mir gar nicht reingefallen. Das war ich ja dran. Nicht das, was er... Ich mag Jans Hut. Ja, aber wo ist das Mett? Es ist so unterwegs verloren gegangen. Oh. Erensgar und warte, Trudy muss man kurz in einen Stream gehen. Ja, ich muss auch kurz in einen Stream gehen. Chad, jetzt kriegt ihr die Emotes. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alrighty. Gut. Ähm, ja. Weiter geht's. Pokémon-Tütchen öffnen. Oh, shoot. Ich auch, bro. So. Oh mein Gott. Ich hab gar nicht gechankt. Ich hab gar nicht gechankt. Oh, die sind geheimt. Oh. Krass. Hoip, hoip, hoip. Wow. Scam-Chain. Scam-Chain. Hi. Also mit Bots hat Doni ja genug Erfahrung. Wie will? Oh ja. Oh ja, werd ich nie vergessen. 60%. Nice. Oh no. Die Frisur ist wild. Ähm. Ja, ich... Oh, da hat keiner mehr was dazu geschrieben. Ja, das soll... Das soll so ein... Ach, vergiss es. Ja, genau. Ja, genau. Alles klar. Okay, ja, sicherlich. Arme Kirchenmaus, wow. Wow. Das war arme Kirchenmaus. Hä? Oh, das ist das ganz andere. Kirchengau. Seht ihr, es war ne Maus. Es war ne Maus. Ja. Okay. Ja. Das war tatsächlich sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr hübsch. Vielen Dank. Sehr, sehr hübsch. Entschuldigung. Wer ist denn gähnt? Nassja hat gegähnt. Wer? Nassja, wer ist das denn? Assi-Frau. Weg damit. Okay. Sollen wir noch eine Runde machen? Eine letzte Runde? Habt ihr noch Bock auf eine Runde? Alrighty. Ja, vielen lieben Dank. Okay, wir machen keine mehr. Danke auch für die Einladung. Das war sehr witzig. Wann machen wir das wieder? Ja, super. Ja, ich... Ja, also Doni, du wärmst mich einfach wieder zu, wie heute und dann sind wir halt irgendwie alle dabei. Ja. Ja. Ja, wir können ja ausnahmsweise mal ne Discord-Gruppe dann einfach so lassen und dann schreiben wir hier einfach wieder rein. Okay. Ähm, so. Ja. Hört sich sehr gut an. Machen wir so. Alles klar. Ähm, geben wir jetzt noch ein bisschen... Doni, geh mal raus. Wie sie jetzt lästern wollen. Habt ihr mitgekriegt? Wie sie jetzt lästern wollen, Doni, geh mal raus. Heilige Scheiße.